Am UN-Ausbildungszentrum im fränkischen Hammelburg werden Journalistinnen und Journalisten auf ihren redaktionellen Einsatz in Krisen- und Kriegsgebiete durch einen modularen und einwöchigen Lehrgang vorbereitet. Hier vorbereitet für die Lehrgangsteilnehmer der zweite Abschnitt während unserer Mind-Awareness-Ausbildung. Das ist eine kurze Beobachtungsübung für unsere Lehrgangsteilnehmer. Das heißt, wir haben in diesem Bereich verschiedene Minen, verschiedene Kampfmittel verbracht und ich habe den Lehrgangsteilnehmern jetzt fünf Minuten Zeit gegeben, diesen Bereich zu scannen und einfach mal zu sehen, was liegt dort eigentlich und wie schwer sind gewisse Kampfmittel bzw. Minen einfach zu erkennen. Aufgrund von Witterungseinflüssen bzw. wenn das Gras ziemlich hoch ist, wie schwer ist es, verschiedene Minen oder Kampfmittel zu erkennen. Einige Lehrgangsteilnehmer kommen zum ersten Mal mit Sprengsätzen und versteckten Ladungen in Berührung. Sie können in Krisengebieten zur täglichen und potenziellen Gefahr für Journalisten werden. Heute ist für die Lehrgangsteilnehmer angedacht, um in Krisensituationen zu überleben. Das heißt, wir werden hier verschiedene Bilder in der Ortschaft Hunsfeld, das ist eine Ausbildungsanlage, die auch die Gegebenheiten in einem möglichen Einsatzland widerspiegelt, in einem Krisengebiet, abbilden. Das heißt, hier werden die möglicherweise konfrontiert, die Lehrgangsteilnehmer, mit direktem Beschuss von Handwaffen, indirektem Feuer. Das heißt, das könnte zum Beispiel Mörserbeschuss sein, was auch in gegebenenfalls einer Liegenschaft, in einem Compound passieren könnte. Und auch direkte Bedrohungen durch Menschenmengen und durch Handgranaten. Hierbei versuchen wir, die Lehrgangsteilnehmer zu sensibilisieren. Das heißt, ein gewisses Gespür, eine gewisse Handlungssicherheit zu vermitteln, dass man da nicht direkt eine Routine reinbekommt, aber zumindest Handlungssicherheit. Um letztendlich lagegerecht zu agieren und dann auch aus der Situation möglichst unbeschadet rauszukommen. Sensibilisierung, der erste Kontakt mit Waffen und Sprengmitteln und maßgebliche Verhaltensregeln beim Einsatz in einem Krisengebiet sind die ersten Herausforderungen für die Lehrgangsteilnehmer am ersten Tag ihrer Ausbildung in Hammelburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017